In allen Nahrungsmitteln sind Nährstoffe, die wir zum Leben brauchen. Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, Mineralstoffe und Vitamine. Um uns gesund zu ernähren, brauchen wir eine ausgewogene Ernährung, also von allem etwas. Vom einen mehr, vom anderen weniger. Eine ausgewogene Ernährung besteht aus viel Obst und Gemüse. Von diesen Nahrungsmitteln solltest du täglich essen, zum Beispiel Salate. Weitere wichtige Nährstoffe findest du in Vollkornbrot, Müsli, Reis oder Kartoffeln. Milchprodukte benötigt unser Körper nicht so häufig und Wurst, Fleisch, Fisch und Eier noch weniger. Sehr sparsam sollten wir beim Essen mit Fetten oder Fetthaltigem umgehen. Das sind Lebensmittel, die viel zu viel Fett enthalten. Pommes frites werden beispielsweise in Fett gebraten. Auch im Burger und auf der Pizza ist eine Menge Fett. All das brauchst du nicht und du solltest es nicht oder nur selten essen. Wenn du zu viel davon isst, nimmst du zu und wirst früher oder später krank. Sich gesund und ausgewogen zu ernähren ist ganz wichtig. Gemeinsam Essen zuzubereiten macht Spaß. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020